Hier zeige ich, was ich mit VW.NET und GDI Plus zur grafischen Ausgabe programmiert habe. Unten links ist die Terminatur im ABC Format zu sehen. Beim Vorspielen wird sie live gelesen, in das darüber liegende Fenster angezeigt und per MIDI wiedergegeben. Meine Tabulaturschrift steht ebenfalls im Programm. Die Tabulaturschrift steht ebenfalls im Programm. Die Tabulaturschrift steht ebenfalls im Programm. Die Tabulaturschrift steht ebenfalls im Programm. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Die Tabulatur kann ich jetzt auch im Fenster anzeigen lassen. Dazu wird die Datei eingelesen, ausgewertet und geschrieben. Die Zeilen werden so aufgeteilt, dass sie jeweils mit Taktende schließen. Ist eine Seite voll, wird ein Bildschirmfoto erstellt und gespeichert. Eine neue Seite beginnt. Stimmt der vierte Takt? Das werden wir überprüfen, indem ich das Maxi Mini aufschlage, eintippe. Jawohl, stimmt. Alles klar. Wenn alles fertig ist und ich die Breite verändern möchte, geht das einfach durch Ziehen und Neu auswerten. Das ist ein Bildschirmfoto, das ist ein Bildschirmfoto. Das ist ein Bildschirmfoto, das ist ein Bildschirmfoto. Musik 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 Musik